So, ihr werdet es nicht glauben, ich bin gerade in... wo bin ich? Genau, Holland, glaube ich. Bin ich ganz sicher, dass du übrigens... Hi! Klängern, glaube ich, bin ich ganz sicher. Jedenfalls sind wir gerade angekommen in scheinbar Amsterdam, ich glaube es gar nicht. Einfach lügen, schon richtig lange hier sitzen, aber jetzt sagen, dass wir angekommen sind. Ich bin halt wohnhaft in Amsterdam, um Steuern zu entgehen, das ist halt wieder typisch. Wir sind nämlich im Arcade-Hotel, das ist ein Hotel, das gerade für uns als Zocker ist. Sehr geeignet. Achso, ich dachte, gebaut wurde, extra für uns. Jedenfalls haben wir gerade den Zimmerschlüssel bekommen. Ja, wer kennt sie nicht, die tollen Schlüssel, danke. Wie geht's dir denn so? Du bist ein bisschen durchgekommen. Ja, aber ich hab geschnitten, ich war richtig fleißig. Du bist beschnitten? Und ich... Es wird immer so direkt indiskret. Aber du hältst mich gerade auf, es ist mir sehr unangenehm, ich werde rot. Das kann man machen, Beschneidung erfolgt dann um 21 Uhr. Hockt ihr mal einfach mal hin, bloß weil ich wissen will, was ist, wenn wir morgen da hocken und zocken will. Boah, krass, golden Ei, ne? Junge, krass, hardcore, Fickerei, Alter, die zwei Fursten im Arsch. Das ist ja auch der Titel damals, die haben wir das für Deutschland nur umbenannt. Da hieß es ja irgendwie Barbie im Traumland und im Original hieß es ja Two Fists in the Butt. Ist ja Wahnsinn eigentlich, ne? Ja, dann hören wir mal auf, weil die Butter ist alle und der Föhn ist kaputt. Tschüss, würde ich sagen. Und der sehen wir auch schon bei mir im Zimmer. Hier haben wir die Toilette. Der ist wie Spinat zu Ei. Hier direkt von der Toilette aus brunz ich quasi in die Dusche, was für einen echten Bayern fantastisch ist. Der hat mir einen Spiegel, das bin ich. Dann Waschbecken. Was ich sehr gut finde ist, ich habe ein Bier bekommen und zwar Grosch. Grosch. Und Freshme, irgendeinen Arraschensaft. Und Waffeln. Ich glaube nämlich, die hat Timon nicht. Und jetzt holen wir uns erstmal was zu trinken und vielleicht was zu schlambulieren und später gehen wir noch ein bisschen was essen. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Was soll uns da noch passieren? Was? Wandernde Leute vor meinem Haus? Verschwinden! Der Timon und der Esel, die hatten einen Brand. Ne, dann bin ich noch gar nichts getrunken, beziehungsweise ich ein bisschen, aber du noch gar nicht. Aber stattdessen kaufen wir uns jetzt einfach harmlosen Absinth. Ich wollte sagen Jutesaft. Gibt es das? Was ist Jutesaft? Ich weiß nicht, so aus Jutebeuteln hergestellt, irgendwas total vegane Stufe 7. Aber, ja, hilft nichts. Oh, jetzt hab ich die Oma geboxt. Ich sag dir, die Amsterdamer Omas, ne? Die sind nicht so geil. Also, jetzt körperlich. Also, nein. Die Seite ist am besten. Egal. Wir gehen jetzt zum Markt. Schluss jetzt. Schau mal, Timon. Das ist die Natur. Wo Tiere abends ihre Zeitungen einholen. Schau dir den Schlingel an, du. Willst du mal kicken? Was ist denn das? Ein Weiher? Das ist eindeutig ein Gnu. Ein Weiher? Ein Reiher? Oh, die sieht aber dominant aus. Schau dir mal, der Hals muss rüber. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ich kann das nicht. Das ist vielleicht der Punkt, an dem ich sagen sollte, dass ich nie Zellen gelernt habe. Oder springen. Bis ich 18 war, wusste ich nicht, wie springen funktioniert. Wäre das nicht total cool, wenn wir rausfinden, dass die Leute in den Niederlanden ApoRed feiern? ApoRed ist aber selbst nicht weiß. Was zu essen wollten wir? Dann haben wir Dirk gefunden. Wieso sieht es hier eigentlich so aus, als hätten die total dann der Dirk? Na, das machen die. Damit die ein bisschen... So ist das vielleicht die Rückseite von Dirk? Wir haben rausgefunden, dass noch Leute im Dirk sind. Da gehen wir jetzt rein. Wir können jetzt mal nach den Geschäftszeiten schauen und dann wird alles super. Für Timon ist es völlig normal, dass du bis 22 Uhr offen hast. Was habt ihr denn ihr für Zeiten? Bei euch ist es auch bis 10, oder? 8. 8? Alkoholverbot. Was? Wo? Das ist Timon. Er ist ja alleine. Er ist mittlerweile Frühländler und sucht eine Frau. Das ist ein kleines Gehwerkelchen. Kauft er jeden Tag ein. Leckergürkchen. Aber ab und zu auch mal... ein weiteres Gehwerkelchen. Bei reiflicher Überlegung darf es ein viertes Gehwerkelchen sein. Fünf. 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 Wuhuup. 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 Gänse sind ja mit die wütendsten Bewohner des Meeres überhaupt. Auf geht's. Wohin? Essen. Ich mach duschen. Willst du so essen gehen? Ja. Ja. Ist mir egal. Na. Doch. Da könnte man Mark. Der ist Mark. Der Mark hat auf. Hä? Ich glaube es ist 18 Uhr. Der stinkt auch ziemlich. Oh. Nee komm lass es schnell duschen. Nee duschen geh ich eh nicht. Was sondern? Nee wir sind Gamer. Entschuldig bitte hier sind Leute. Das ist Hass. Menschen die sprechen. Übrigens das ist Walli. Walli sag mal hallo. Also wir haben uns auf Timon verlassen, den alten Pferdenleser und Grenzgänger. Du bist noch kleiner wie sonst. Wow. Karma ne? Ist immer scheiße. Ja Timon hat uns völlig in die falsche Richtung geführt und jetzt beschließt er einen neuen Weg. Ach da entlang. Wer singt denn da? Hab da erst Deutsche. Deutsche singen. Echt? Ja klar. Ist das Deutsche? Ja. Eine Straße viele Bäume. Naja das ist eine Ali. Ich find das widerlich offene Spaß zu haben. Spacko. Ist das Unger? Nee ist das auch nicht. Hat er keine Dreads mehr. Ich hab auch keine Brille auf. Für mich sehen alle aus wie Unger. Hey Unger. Nee du bist. Seid ihr auch alle super drauf? Wenn ja schreibt super drauf in die Kommentare. Gebt auf jeden Fall ein Like. Und ein Like. Ein Like. Eigentlich wollte ich jetzt ne Möwe filmen. Ach ja. Warte. Seht ihr sie? Möwe? Seht ihr sie? Möwe? Hallo Möwe? Und da? Dann hasst mich doch. Tschüss. Was? Was? Ich sag dich es donnert. Da sind sie übrigens die zwei Jungs. Alles wird gut. Jetzt werde ich dir mal folgen. Ganz unbemerkt. Aber ich würde die herfallen und sie ausrauben. Ja das ist okay. Ich glaub Klängern hat eh nicht viel drin. Bleibt mal Tugend Senf. Dreck. 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 Reiß. Wart auf mich Walde. Ebenste Klenker. Achtung. Ich habe ein Packchen Senf in der Taschen. Jedenfalls habe ich damals dann die Streichwurst nicht aufs Blut geschmiert, sondern einfach vorgefressen. Du glaubst es ja gar nicht. So eine Wurst war das. Und dann habe ich ungefähr drei Jahre lang gespimmen. Oder drei Wochen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Die war ja quasi im Aufstrich rausch. Okay. So. Das war so mein bestes Erlebnis meines Lebens. Bis auf heute. Das war auch schön. Ich will dich ein bisschen beobachten. Was? Wieso denn? Ich weiß. Keine Ahnung. Also. Man kann es auch überzweiben. Ja echt ey. Das niedert mich an. Und jetzt wirst du wieder zu Bett, ne? Ja jetzt wirst du wieder zu Bett, ne? Ja jetzt wirst du wieder zu Bett. Dann geh doch. Dann geh doch. Dann geh doch. Tschau. 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 Ohhhhh. Tschau. Tschau tschau tschau. Tschau 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 tschau. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Es ist Sonntag, meine Damen und Herren. Wie ist es da? Der hätte beinahe gewinnen, einen deutschkurs. Da habe ich ihn aber geschlagen. Mein erstes Langewicht! Bei FeeFa hast du beinahe gewonnen, oder? Also ich bin weitergekommen als ihr beide zusammen, das soll ich schon mal beweisen. Das ist ja gar nicht möglich. Es ist auch gelogen, nachweisen kann es niemand, es sei denn jemand hat sagt Nilo, ich fürchte nicht. Wie hat es euch denn gefallen, Jungens? Das Turnier oder das Hotel? Der Aufenthalt. Alles zusammen. Also ich hätte mir gewünscht, die Stadt ein bisschen mehr zu sehen, aber ich finde das Konzept hier sehr geil. Und wenn es fertig ist, glaube ich sogar, dass es richtig richtig gut ist. Muss man vielleicht eben dazu sagen, es ist alles ja noch so ein bisschen im Entstehen begriffen quasi. Genau, die haben jetzt pre-open quasi. Ja, ein bisschen Early Access mäßig. Den wird er mir klauen, gell? You heard it first. Ich werde ihm sowas von klauen. Für seinen Artikel. Also wir waren ja auch ein bisschen da, um das Hotel anzusehen, um die Shield auszuchecken. Da ist es ja immer so dieses Klassische, damit man sich noch eine Woche wünscht, um einfach mal generell Amsterdam anzusehen. Aber grundsätzlich war eigentlich eine gute Sache. Ich finde es echt schön, wie viel Herz hier im ganzen Komplex drin steckt. Also man merkt wirklich, dass die Leute da Bock drauf haben, das zu machen, sich auch mit den Leuten auseinanderzusetzen, die eben Bock auf Videospiele und Comics und den ganzen Quatsch haben. Ich weiß nicht, gibt es sonst noch irgendwas? Nein. Was war? Ja. Man merkt, es ist dein Wissen. Äh! Was? Was? Zu lecker. Ich hab zwei Mal Kacken heute. Unpassbar. Jeden Tag? Da geht noch was. Jeden Tag, ne? Zwei bis zwei Mal. Amsterdam, was machst du mit meinem Darum? Ich hab nur so schnell, dass das nicht reist. Och, klar. Der Nächster Halt, Darmstadt. Bis bald.